Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle Webinar-Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dennner und im Gegensatz zu dem Ablauf, den wir sonst haben, schiebe ich die Risikohinweise mal, bevor wir das Webinar starten, vor. Und zwar geht es einfach nur darum, dass das Webinar nur zur Vorbereitung dient, also wir sprechen keine Handelsempfehlung aus und das Webinar dient nur zu Schulungszwecken und Handelsempfehlungen und so weiter, auch wenn Live-Trades gemacht werden, sind das natürlich nicht. Und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX-Flat entsprechen. So, Dirk, du schaltest YouTube frei? Genau, sobald ich den Bildschirm habe. Okay, sollte sichtbar sein. So, dann sage ich an der Stelle einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und bedanke mich bei allen, die hier heute mit dabei sind, live zur Frankfurter Börseneröffnung. Wir handeln in DAX, das Ganze präsentiert von FX-Flat und heute im ganz Speziellen von Wolfgang Dennner, der uns hier nämlich hoch motiviert durchs Programm führen wird und sich schon freut, mir permanent ins Wort zu fallen. So, heute mal ein bisschen andere Einleitung, aber das erste Wort soll doch bitte der Wolfgang haben, weil den habe ich dazu genötigt, sofort den Risikohinweis, gleichzeitig ein Webinar zu machen, weil wir sind ja hier einmal live auf YouTube und gleichzeitig eben über ein Go-To-Webinar von FX-Flat. Deswegen darf der Wolfgang sehr gerne jetzt etwas in die Runde sagen. Wolfgang, du hast die Bühne. Ja, Dirk, da du mir schon alles vorweggenommen hast, von mir nochmal an alle einen wunderschönen guten Morgen. Viel Spaß beim Webinar und ich es vergesse und die, die ich noch nicht gesprochen habe, ich wünsche allen, ist das schon etwas spät, aber allen alles Gute für 2024, bleibt gesund und der Rest ergibt sich dann. Natürlich auch viel Erfolg beim Traden, logischerweise. Ja, Dirk, wie gesagt, eine andere Einleitung. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Deine Webinare sind bekannt. Du legst den Fokus, wie du schon gesagt hast, auf dem DAX und alles, was mit dem Steho-Trainer-Handel bei ist. Das heißt also, jeder kann Fragen stellen. Davon lebt so ein Webinar. Und ja, Dirk, du hast die Leitung. Bitteschön. Dankeschön. So, ein wenig umsortiert. Holprig würde ich nicht mal sagen, war das Ganze bisher nicht, sondern halt einfach nur, wir sind umsortiert. Das Beste war eigentlich vorhin Wolfgangs Risikohinweis, wo er meinte, ja, keine Handelsempfehlung und so weiter. Nein, aber ist tatsächlich auch schon so gemeint. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere zum ersten Mal dabei. Alles, was ich sage, ist in der Tat, bitte nicht einfach nachzumachen. Außer man macht es immer und kann sich nicht beherrschen. Dann kann ich natürlich keinen irgendwie davon abhalten. Aber generell ist es halt immer wichtig, egal welcher Strategie oder welchem Typen man folgt, dass man das halt eben auch konsequent macht und dann natürlich versteht und dann eben seine eigene Entscheidung trifft. So, ich hoffe, euch geht es gut. Ich bin hundemüde, ehrlich gesagt. Es ist das erste Mal seit irgendwie vor Weihnachten, wo ich mal wieder vor irgendwie, keine Ahnung, 9.30 Uhr, 10 Uhr überhaupt aus dem Bett gekommen bin und musste mich da gestern disziplinieren und früher schlafen gehen. Und ich bin es echt nicht mehr gewohnt. Der beste Kommentar war auch hier direkt auf YouTube, nämlich als allererstes von dem Marcello, warum nicht lieber am Nachmittag? Das habe ich mir dann auch gedacht, als ich hier sage, warum eigentlich nicht am Nachmittag? Und bei der DAX ist ja leider oft so, dass wir halt so ein bisschen Stress mit der Volatilität dann halt hier haben am frühen Morgen. Was heißt das? Frühen Morgen. Ich meine, es ist immer relativ. Es gibt Menschen, die stehen halt um 6 Uhr auf und finden das total klasse. Ich war halt immer schon eher der Nachtmensch. Und von daher habe ich auch keine Schmerzen damit, zum Beispiel irgendwie nachts um 11 Uhr live zu gehen oder um 12 Uhr oder sogar noch später und dann halt irgendwie noch meinen Daytrading-Guide auf YouTube zu machen. Ich bin da halt einfach wacher. Und morgens ist immer so, weiß ich nicht, ich habe auch mal so das ganze Revue passieren lassen. Ich hatte ja auch irgendwie mal eine Zeit lang mit Schlafstörungen halt mal zu kämpfen. Und tatsächlich fing das eigentlich eher an wieder, als ich massiv mit der Börse mich wieder auseinandergesetzt habe, nämlich vor rund, wie lange ist das her, 10 Jahren jetzt halt wieder, neun Jahre, 10 Jahre. Und da fing das eigentlich an, so im Nachhinein betrachtet. Vielleicht ist der Einwand daher der Beste, um das irgendwie kurz zu fassen. Warum nicht nachmittags? Weil wir haben ja schon öfters mal drüber nachgedacht, statt irgendwie die Eröffnung zum Morgen, dass wir halt lieber dann auf den Nachmittag gehen und die US-Markteröffnung machen. Ich glaube, das sollte man echt wieder thematisieren. Ich glaube, das würde mir ein bisschen leichter fallen. Und vielleicht dem einen oder anderen ja auch. Ich weiß nicht, aber es sind halt schon viele dabei, die auch den DAX morgens handeln. Ich kann das natürlich auch schon verstehen. Und deswegen haben wir da bis jetzt auch nichts dran geändert. Und wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, glaube ich, könnte man sich das halt irgendwie sparen, die Umfrage, was handelt ihr, DAX oder DAO? Das ist halt schon irgendwie, also hier mindestens 50 Prozent DAX. Das haben wir schon mal gemacht. Und von daher, glaube ich, ist das halt irgendwie ganz okay. Was? Guten Morgen schaust du super aus. Das ist nur, weil ich weit von der Kamera weg bin. Aber danke. Gut. All right. Also wir gehen mal rüber aufs Bild und gucken uns mal an, was der Markt überhaupt macht, wo wir stehen und was da halt los ist. Dazu muss ich jetzt erst mal den Knopf finden. Ah ja, genau. Der war hier. So, Rückblick machen wir jetzt erst mal. Keinen großartig. Ich habe mir gestern halt irgendwie in der Range gezeigt, beziehungsweise ich mache das hier alles in einem. Also keinen separaten Rückblick. Zumal ich halt gestern ja auch gesagt habe, das kann wieder alles Mögliche werden. Und entscheidend ist halt eben die grüne Zone, die wir hier sehen, eben DAX. Und dass er sich da halt eben schon ein paar Mal damit irgendwie befasst hat. Also hier bei der 16.640, weil das halt einfach hier die alten Supports gewesen sind, die aber halt hier so ein bisschen ad absurdum geführt hat, wo ich halt meinte, das war hier letzte Woche, da meinte ich irgendwie ein vernünftiger Schlusskurs drüber und der Markt könnte long gehen. Und was hat er gemacht? Einen vernünftigen Schlusskurs drüber und dann aber halt eben doch wieder runtergezackert und dann halt nochmal ein paar Schlusskurs drunter und dann erst long gegangen. Also so ein bisschen tricky der Markt. Und gestern habe ich eben gesagt, wir haben eigentlich genau genommen potenziell eine Range, eben kommend hier von unten, von der 16.530 bis rauf auf die 780. Und wie man sieht, sieht der Markt das genauso. Er hat das jetzt nämlich hier irgendwie um 8 Uhr mal auf der Unterseite angetestet, nämlich genau unten an der Range. Und entweder läuft der Markt jetzt wirklich nochmal da oben hin oder wir kippen um 9 Uhr endlich mal eine Runde hier runter. Ich würde halt fast tippen, dass wir um 9 Uhr erst nochmal hier rauflaufen in dieses Cluster, was wir halt hier sehen, also was halt gestern, wo er sich halt nach unten weggekämpft hat, dass wir dort nochmal irgendwo in die Richtung laufen, vielleicht hier auf die Unterseite von den alten Supports, dort erstmal eine ganz normale Wirkungsumkehr versuchen. Das wäre zumindest halt recht plausibel, zumal auch hier der SMA 20 da oben enthängend von da oben runterkommt. Das heißt also, dieser Bereich hier, das wäre jetzt mein Fokus hier für die Eröffnung. Wie gesagt, hier Wirkungsumkehr, weil alles, was vorher sofort war, sollte dann halt eben zum Widerstand werden. Deswegen halte ich das so für das Plausibelste hier erstmal. Das heißt, das wäre dann halt eben auch nicht blau, sondern halt als Widerstand dann halt eben auch zu markieren. Das heißt, da sind wir irgendwo bei der 16.600 oder knapp davor. Dort würde ich, glaube ich, mal short eine Runde dagegen halten und dann mal gucken, ob man damit halt was anfangen kann. Mir würde schon reichen, eine Bewegung halt in dieser Form, also bis hier rauf. Long würde ich da jetzt nicht unbedingt gehen, sondern eher, wenn der Markt sich direkt darunter strauchelt, dann dort auch lieber nochmal short, als jetzt hier irgendwie long zu gehen. Weil ich halte das jetzt erstmal nur für den Versuch, die Range zu verteidigen, weil noch ist die Range, wie ich sie beschrieben habe, ja nicht wirklich etabliert, sondern wir haben hier nur dieses alte Low an der Stelle. Und um das Ganze wirklich als Range zu identifizieren, müsste ja nochmal ganz rauf laufen. Aber das war erstmal eine Vermutung, die ich ja auch gestern da angestellt habe. Und dass das halt eben funktioniert oder beziehungsweise als Range identifiziert werden könnte. Und die Vermutung bestätigt sich gerade so ein bisschen, aber halt eben noch nicht final. Klar kann man jetzt auch mal gucken, irgendwie wie 9 Uhr reagiert. Wenn es direkt rauf drückt, dann könnte man natürlich auch irgendwie 30, 40 Punkte mit nach oben mitnehmen und dann da oben drehen. Das wäre natürlich dann so ein bisschen die, im Daytrading halt die Königsklasse. Also einmal rauf und dann gleich wieder runter. Das ist immer meistens so ein bisschen, ja Wunschdenken, was halt nicht so ohne weiteres handelbar ist. Deswegen mein Fokus erstmal da oben, wie jetzt gerade gezeigt, hier im H1 unter der 16.600. Von mir aus auch dran, also 612 wäre hier so die Oberseite. Und mehr sehe ich da momentan halt erstmal noch nicht. Guckt man sich das Ganze mal im kleineren Timeframe an. Mal gucken, ob man da halt irgendwas sieht. Aber vermutlich wird auch das, was man dann hier jetzt vielleicht erkennen kann, gleich, wenn ich da ein bisschen näher drauf gucke, auch nichts anderes zeigen. Im Daily sieht man natürlich hier auch noch, da mache ich ein bisschen größer oder gehe auch mal rüber auf das andere Bild nochmal. Hier erstmal der H1, den gebe ich auch mal frei jetzt im Live-Chart. Das können wir übrigens eigentlich nochmal einführen, fällt mir gerade auf. Wir hatten früher immer mal irgendwie Live-Chart, also für alle, die dieses Add-on haben, aber keine Lizenz bei den Webinaren. Das müsste ich echt mal nochmal machen, dass man halt das hier dann trotzdem nachvollziehen kann. Alles, was ich da halt markiere und zeichne, dann halt während so einem Webinar, dann halt eben auch selbst in seinem Chart hat. Aber ich gebe das jetzt erstmal frei, damit man es überhaupt mal drin hat, wenn man eben das Live-Chart drauf hat. Also Daily. Daily ist es natürlich ein bisschen einfacher, beziehungsweise dort sieht es ein bisschen einfacher aus erstmal. Weil hier sieht man ja auf den Lows, die wir halt die letzte Woche da gehabt haben, aber eben auch hier Unterseite von dieser langen Aufwärtsbewegung, die aber trotzdem im Framing short ist. Das heißt auch deswegen für mich auch, dass die Tendenz schon so ein bisschen eher nach unten ist, weil das Framing ist halt eben nur mal rot. Hier gab es einen Fehlausbruch und da darfst du es gerne schon nochmal irgendwie auch eine Etage tiefer versuchen. Aber ich meine, wenn ein Markt hat jetzt irgendwie so lange, da reden wir jetzt mittlerweile über November, seit Ende November, ja genau, Ende November ist es halt einfach hier oben irgendwie nur ungemütlich irgendwie hin und her gezerre. Da ist es halt immer so ein bisschen schwierig, da halt irgendwie zu groß eine Richtung dann vorzugeben, wenn das halt eben schon so lange in der Range halt läuft. Weiß nicht, wie ihr das seht oder wie ihr positioniert seid, könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm habe, das habe ich, das übersehe ich ganz gerne immer mal wieder im DAX, das ist das Sentiment. Vielleicht kann ja mal einer das Sentiment hier mal kurz reinbringen und mal gucken, ob er da hat das. Wieso habe ich hier kein Chat? Ich sehe hier irgendwie nichts, total komisch. Also normalerweise gibt es hier bei GoToWebinar den Chat, aber ich sehe da halt irgendwie leider gerade gar nichts. Das taucht irgendwie alles unter Fragen auf. Eingwürdig. Okay. Gut, also, aber funktioniert ja glaube ich alles insgesamt. Technisch gibt es auch irgendwie keine Beschwerden, außer das Hemd ist schick. Ja, das Hemd flackert, glaube ich, irgendwie, das weil es so viele kleine Punkte hat. Aber auch dafür Dankeschön. Und gucken wir mal, was der Markt macht, ob ich den auch schick gehandelt kriege. Ich habe mich ja gestern über mich selber aufgeregt, über das Live-Trading von Freitag, das unter aller Kanone war, wo ich dann auch gesagt habe, so, boah, ey, hast du denn da gemacht? Da habe ich mich gestern schon einmal runtergemacht. Ich versuche es heute nicht zu wiederholen, aber ich bin da halt immer selbst mein größter Kritiker. Und wenn ich irgendwie scheiße handele und dann finde ich das auch immer richtig klasse. Nicht und schimpfe dann immer mit mir selber und gehe mit mir selber da halt ins Gericht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also eine Minute haben wir noch. Man sieht also hier, er drückt jetzt wieder auf letzten Drücker wieder runter, auf die letzte Minute wieder runter. Ich habe auch hier mal das Vipoc-Adddown vom Orkan auch wieder drin, damit man da halt eben auch sieht, wo halt der Vipoc liegt, weil das ist natürlich generell ein Punkt, der sehr gerne gehandelt wird. Warum habe ich hier kein Volumen-Glocke? Das weiß ich jetzt gerade irgendwie auch nicht. Aber okay. Ach, ich habe hier den Future nicht aktiviert. Das kann ich auch schnell mal machen. Hoffen wir mal, dass es funktioniert, dass wir hier den 11DAX dahinter haben. So, jetzt sieht das schon besser aus. Okay, also hier gleichzeitig, hier kommt irgendwie alles zusammen. Das ist genau die Mitte vom Handelsvolumen, was wir hier jetzt gerade sehen. Von dem, was bis heute gelaufen ist, also nicht wahnsinnig viel. Hier unten sieht man jetzt natürlich auch die Linie, die ich gerade eingezeichnet habe, im Live-Chart in dem anderen Bild. Die sich hier jetzt auch, da unten, hier ist es, diese Zone da unten, das ist jetzt nur das Framing, aber halt hier der Pfeil, der da runterkommt. Ich bin nochmal gespannt. Ich hätte natürlich auch genauso Lust, irgendwie direkt hier auf den Short-Knopf zu drücken und mit da runter zu laufen und halt auch mal den Finger hier drauf und gucke mir mal einfach die erste Zuckung an, weil das könnte genauso gut tatsächlich auch direkt mal eine Runde runterdrücken. Ich weiß es nicht. Also könnte man versuchen, vielleicht irgendwie mit einem kleinen Stop, komm, mache ich mal ein kleiner Stop, der ist jetzt im ersten Ansatz ein bisschen groß, aber mal sehen, wenn wir da unten durchkommen, da könnte das eben aber auch direkt ein paar Punkte weiterlaufen. So, mal sehen. Also erstmal drückt es, ich schiebe den Knopf, ein bisschen Sprachfehler, den Stop direkt ganz eng hinterher, weil ich nicht weiß, ob wir da durchkommen oder nicht. Und falls er jetzt zurückzuckt, dann sind es halt wenigstens ein paar Punkte dann im Topf. So, macht er nichts, sondern ich versuche mich jetzt hier auch einfach manuell dran zu hängen, 30 Punkte vorne und mal sehen, ob wir da runterkommen. Aber das ist ja, sowas ist halt auch immer so ein bisschen, finde ich, so ein Lucky Shot. Also das ist ja halt einfach ein Impuls, den er jetzt runterdrückt und deswegen bin ich da auch jetzt hier nicht irgendwie unterwegs und sage, ja, wir müssen jetzt da runter auf den Pivot oder das Nächste, was ich da unten sehe, sondern nimm das halt einfach wirklich dann nur als Impuls, als erste Reaktion von der Eröffnung, die einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir hier mit einem massiven Downgap im Kassa reinkommen. Aber kann man schon mal machen, wie man ja gesehen hat, irgendwie das waren ganz schnelle 22 Punkte hier in der ersten Minute. Finde ich jetzt erstmal okay. Und der kann jetzt natürlich auch noch weiterdrücken und da kann man nachher wieder sagen, ja, hätte es da mal drin gelassen. Nee, echt nicht, weil auf der Unterseite Short ist oft irgendwie teuer. Und deswegen bin ich da auch jetzt raus und bin da auch erstmal völlig fein damit. Aber sowas kann man schon mal machen. Das kann man natürlich dann auch ein bisschen größer machen von der Positionsgröße. Aber gut, ich glaube, zu dem Trade muss man jetzt erstmal nicht viel sagen. 22 Punkten in einer Minute, das ist wirklich, glaube ich, mehr als okay. Gut, wer war dabei? Wer hatte die gleiche Idee? Muss ich jetzt hier fragen? Kommt, haut rein in die Tassen. Jupp, da kommen die ersten. Okay. Ja, das kann man, wie gesagt, schon mal machen. Jetzt ist aber halt dann die Frage, weil wir kommen jetzt hier im Daily. Da gehe ich jetzt nochmal rüber auf das Bild hier. Wir laufen jetzt nach unten natürlich in die letzten Supports da rein. Da wäre es halt nur legitim, wenn der Markt dann halt auch mal nach oben reagiert. Das heißt aber nicht, dass das muss. Aber generell ist das jetzt mit so die Knautschzone, was das halt jetzt hier in diesem Bereich, weil er kann jetzt einfach hier, und das hat man einfach auch schon oft gesehen, so, da ist schon hier ein Foto, Franco dabei, in GoToWebinar sehe ich irgendwie komischerweise, worum auch immer, keinerlei Chat-Kommentare. Ich weiß nicht, wieso. Aber bei YouTube auf jeden Fall kommt hier ein bisschen was. Richi, sehr schön. Gut, Sentiment, also ja genau, danke nochmal, danke an den Matthias. Für das Sentiment steht bei plus 0,5, also relativ neutral. Gut, da bin ich mal gespannt, ob man da gleich, also Matthias, du kannst es gerne, wenn das okay ist, mal hier nochmal updaten, dann auch im Chat, und wie sich das entwickelt. Und ich habe da vollstes Vertrauen in deine Aussage. Also wir reden über das Euwax-Sentiment, also das Derivate-Sentiment in Stuttgart. Weil das ja immer so die, das ist, was halt eben die privaten Händler und da halt in der Mehrheit handeln. So, er drückt noch. Bin ich wirklich mal gespannt. Kann natürlich sein, dass es weiter durchbrütscht. Dann kann man nochmal versuchen, da halt auch nochmal irgendwo reinzukommen. Ist jetzt halt hier mal eben doppelt soweit, als ich aufgelöst habe. Mal gucken. Kann natürlich auch sein, das wird jetzt einfach durchfallen. Aber nochmal, das ist so ein Trade, dem muss man nicht hinterher weinen. Weil das hat man eigentlich super selten, dass der weit kommt. Weil oft ist es eben so, für den, wenn es jetzt ein bisschen schnell ging, also der Grund für den Short war für mich jetzt, kam jetzt hier runter. Also hier ein kleiner Ausbruchsversuch über die letzten Hochs hier in der 8 Uhr Bewegung, wo natürlich das Volumen nicht so dick ist, wie das um 9 Uhr der Fall ist. Also hier mit einem Ausbruch auf der Oberseite konzentriert sich aber dann hier auf ein Point of Control. Boah, ich habe echt ein bisschen Sprachfehler heute. Wir sind hier on top mit einem kleinen Down Gap da rein gestartet im Future Markt. Und was ja auch nicht unbedingt ein Long Signal ist. Und dann halt eben mit einem großen Down Gap hier im Kassamarkt, also gegenüber dem Schlusskurs von gestern, war das hier natürlich schon ein recht heftiges Gap. Das sollten wir da oben irgendwo sehen. Wo haben wir es? Hier, etwa bei 16.630. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn der Markt dann halt eben bei 538, 541 sind es genau. Hier startet also fast 100 Punkte Down Gap. Das ist im DAX natürlich schon eine Ansage. Und das ist halt auch ein Grund, beziehungsweise das ist so ein typisches Impulsverhalten, was man dann halt sieht. Klar, weil dann hängen da natürlich dann einige Aktien eben auch dahinter, wo dann halt erstmal der Stop getriggert wird. Und auch deswegen ist es dann halt völlig legitim, dass der Markt erstmal nach unten reagiert. So als allerersten Impuls. Jetzt kann es natürlich dann im zweiten Anlauf dann passieren. Das sieht man ja gerade schon. Jetzt kommt die Gegenwehr, nachdem er sich hier so ein bisschen ausgekotzt hat. Und das halt eben jetzt versucht wird, das Gap zuzumachen. Also zumindest mal in die Richtung vom Kasserschluss von gestern zu laufen. Das wäre jetzt halt die nächste völlig legitime Reaktion. Ob man jetzt hier direkt long gehen muss, ist natürlich auch wieder jedem selbst überlassen. Ich würde aber zumindest jetzt mal noch 5 Minuten abwarten. Und dann halt mal sehen, ob man sich da halt irgendwo dran klingt. Weil generell finde ich ja die erste Bewegung, also beziehungsweise der erste Gedanke, den ich hier eingezeichnet habe, den finde ich immer noch richtig. Und das wäre schon legitim. Das wäre dann jetzt halt von hier aus betrachtet auch einfach nur eine Bewegung in Richtung Kasserschluss von gestern. Aber halt eben hier bis zum Widerstand, der einfach auf der Strecke liegt. Weil so einfach wird der jetzt wahrscheinlich auch nicht das Gap zumachen. Und wenn er es überhaupt halt zumacht heute. Das steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. Matthias schreibt auch hier gerade, das Sentiment steigt etwas bei plus 13 sind wir jetzt. Also minimal long, aber auch noch nicht so wahnsinnig viel. So, ich bin immer irgendwie noch ganz entsetzt hier über GoToWebinar, dass ich halt hier irgendwie gar keine Kommentare sehe. Das finde ich echt so ein bisschen schade. Also Wolfgang, falls du da was siehst, kannst du gerne irgendwie auch was einstreuen. Du hast ja bei dir bestimmt nicht das Problem. Also ich sehe halt nur hier, da gibt es ja die Abteilung Fragen, dann gibt es noch Kurzumfragen und dann gibt es Chat. Aber im Chat kam noch nie was an. Nee? Nee. Aber die Fragen sehen auch irgendwie anders sortiert aus. Irgendwie sieht es komisch aus. Anders sortiert. Also die letzte Frage habe ich von Willi. Okay. Frager mit neun. Aber das ist der letzte Eintracht, den ich habe. Okay. Na gut. So, Sentiment plus 20. Jetzt mittlerweile. So, gucken wir nochmal hier rein. Also für mich jetzt hier erstmal kein Handlungsbedarf. Wir sehen halt auch hier die Value Area, die wir gebildet haben. Er hat über Nacht bis eben 8 Uhr, die hat er hier direkt durchschritten und da kleben wir auch jetzt dran. Value Area, für die, die es nicht kennen, das ist 70% des Handelsvolumens im Future abgebildet. Also die Range, wo 70% des Volumens für heute gehandelt wurden. Und das ist halt eben genau das, was wir halt hier sehen in der Volumenglocke. ab da, wo sie halt blau wird, beziehungsweise hier ist sie nirgends grau, sondern fängt direkt hier oben an bei doch 584 umgerechnet auf den Kassamarkt bis eben hier zur 508. Also dieser Bereich. Das heißt, da versucht er sich gerade nämlich drunter zu etablieren. Und deswegen würde ich da jetzt auch erstmal nicht long gehen, weil es kann genauso gut sein, dass jetzt, wenn der Future dominiert hier, dass man dort halt versucht, von hier aus direkt auch wieder runter zu drücken. Das würde dann bedeuten, er geht vielleicht einfach nur kurz hier ein Stückchen rein an die letzten Hochs und drückt es dann halt direkt wieder runter. Das kann sein. Deswegen würde ich jetzt hier erstmal auch nicht long gehen, sondern mal gucken, ob es gelingt überhaupt in dem Markt in die Value Area zurückzulaufen. Und weil dann, also als Beispiel, wenn er es jetzt irgendwie schafft, sich über der 508 zu etablieren oder über der Value Area, die wird sich auch gleich nach unten verschieben. Je länger der Markt hier hängt, weil jetzt natürlich hier auch Volumen dazukommt. Hat man gerade gesehen, ist einen Punkt nach unten gewandert. Und ob es schafft, sich darin zu etablieren. Und wenn er das schafft, und dann ist der nächste Run eigentlich dann zum Point of Control. Der wäre dann hier oben, dort ist dann halt das Meistervolumen bisher für heute gelaufen, 546. Und das wäre dann auch gleichzeitig wiederum oberhalb der Kassamarkteröffnung. Also sobald wir hier drin zum Stehen kommen, wäre halt das die potenzielle Bewegung. Also quasi von hier bis dahin. Mal gucken. Aber auch das könnte irgendwie, weil jetzt halt hier das Volumen generell halt noch dünn ist und das noch nicht so wirklich etabliert und stabil, würde ich auch da jetzt noch nicht reinspringen. Also wer das machen will, kann ich natürlich keiner von abhalten. Sagt man, wenn er halt hier ins Laufen kommt, dann muss man zweifelsfalls schnell sein. Aber dann ist die Chance eben auch relativ groß, dass wir hier bis oben kurz über die Eröffnung dann halt laufen und dort mal guten Morgen sagen und es dort einen Kaffee abholen. Apropos Kaffee. Ich habe hier noch irgendwie Espresso, der jetzt gerade irgendwie kalt gequatscht ist. Aber okay. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wurde mir gesagt. Von Wolfgang. Der ist immer ganz streng. Sentiment plus 25 und ganz still ist er immer, der Wolfgang. Für die, die ihn nicht kennen, Wolfgang ist, korrigiere mich Wolfgang, Head of Support. Ist das dein offizieller Titel? Was bin ich bitte? Bist du nicht Head of Support? Ja, im Groben bin ich das schon. Ja, ne? Also Wolfgang hält quasi den Laden am Laufen von der technischen Seite. Ich tue mich aber schwer mit dem Begriff Head of. Ja, ich nenne dich jetzt einfach so. Wenn das auch. Okay. Was ist der offizielle? Hast du überhaupt einen offiziellen Titel? Senior Sales Manager. Ah, okay. Das wäre so. Gut. Aber gut, dann formuliere ich es andersrum. Der Wolfgang ist auf jeden Fall der, der auch den Support zusammenhält und deren auch in höchstem Maße dafür verantwortlich zeigt, dass das bei FX Flat so ganz wunderbar über die Jahre alles läuft und dass man dort einfach euch immer wieder extrem kompetent helfen kann. Vor allen Dingen, wenn es halt eben auch um den Stereoil geht. Und da kann ich FX Flat tatsächlich nicht genug loben. Ich hebe das immer gerne heraus, weil die halt einfach, der Wolfgang und seine Kollegen halt einfach echt einen extrem guten Job machen und das verdient auch immer wieder. sein Lob. Also das ist das, was der Wolfgang halt eigentlich macht und springt jetzt hier gerade für den Nelson ein. Und er liebt Schokolade steht da. Was? Wer? Der Dax oder der Wolfgang? Und er liebt Schokolade? Ja, das kriegen wir jetzt noch Reis. Wo kann man das sentimentell einsehen? Stimmt. Ja, okay. Warum nicht? Schokolade und Cola. Ich habe den Jungs mal irgendwie gesagt, ich bringe euch einen Kasten Bier vorbei. Weil ihr mir immer jeden Tag den Allerwertesten rettet. Drücken wir es hier mal ein bisschen höflicher aus. Und da hat der Wolfgang mal, nee, nee, Bier, das geht nicht. Aber kannst du einen Kasten Cola vorbeibringen? Gut, dann seid ihr weiß, er steht auch auf Cola. Und er hat auch dann seinen Kasten Cola bekommen. Okay. Gut, aber da kommen wir wieder zurück zum Markt, aber ich wollte dem Wolfgang auch mal ganz kurz hier mal hervorheben. Und das ist natürlich auch ein bisschen, glaube ich, ätzend, wenn man halt so ein Webinar macht, dann ist man immer so still im Hintergrund. Und deswegen finde ich es auch ganz schön, wenn man da kurz mal nach vorne gezerrt wird und dann auch mal was sagen darf. Gut, also wir drücken hier nach unten. Ich habe ja gerade schon gesagt, das wäre für mich hier auch noch irgendwie kein Long, auch nicht, wenn er hier reinlaufen würde, weil es kann jetzt schon sein, dass wir hier halt uns tatsächlich nach unten fortsetzen. Jetzt muss man mal gucken. Jetzt können wir im M15 tatsächlich noch mal den gleichen Effekt haben wie um Punkt 9, weil wenn der jetzt hier unten so endet, könnte der ebenfalls direkt noch mal einen Push nach unten kriegen. Quasi als als Nachimpuls von der ersten Bewegung. Wobei hier unten muss man echt aufpassen. Wir laufen, ich weiß, ich bin hier gerade selber im Bild und verdecke mir das da unten. Ich versuche das gerade aber raufzuschieben, was mir irgendwie warum auch immer nicht gelingt. Ah doch, da unten die Maus sieht man noch. Wir laufen hier einfach im Daily, da oben, oben drüber ist es, im Daily in diese Supports rein. Und das kann natürlich gerade wenn wir im Daily solche so viele Supports haben, kann das relativ schnell mal in die andere Richtung umschlagen. Wo man sich dann so fragt, wo kommt das denn jetzt her? Ja, einfach, weil dann halt um 9.15 Uhr irgendwie jemand gemerkt hat, oh, mein Kaffee ist ja fertig und der DAX klebt da unten und oh, das ist ja interessant, das war ja billig, kaufen wir dort mal. Genau, wo kann man das Sentiment einsehen? Das geht bei Eulwachs. Ich habe das irgendwo, ich müsste jetzt hier irgendwie ganz viel klicken und Wolfgang, wenn du magst, kannst du es gerne mal irgendwie in die Kommentare reinschreiben, den Link und dann würde ich den hier auch einfach mal posten. Weil da gibt es nämlich auch relativ schick mit so einer Uhr und einer Klingel, die hatte ich hier auch mal eine Zeit lang drin gehabt, wo man halt so ein Tacho sieht, nicht eine Uhr, sondern mit einem Tacho. So, 9 Uhr 14. Also, gerade mal gucken, mache ich das jetzt noch oder mache ich das nicht? Also, ganz schnell sind dann halt hier eben auch, wenn es in die falsche Richtung geht, Punkte weg. Ich glaube, ich mache das irgendwie nicht. Ich bin mir, fühle mich da nicht so wahnsinnig wohl mit da unten in dem Bereich. Ich habe tatsächlich irgendwie schon leider oft irgendwie Geld draufgelegt, wenn ich auf der Unterseite short gegangen bin. da habe ich immer irgendwie mittlerweile habe ich da echt so traumatisiert, traumatisch bedingt größten Respekt davor. Weil das schlägt so schnell um und dann denkt man, ja, jetzt gibt es noch irgendwie drei Punkte mehr Luft, noch fünf Punkte, das hoch könnte auch noch und ratzfatz sind es dann halt irgendwie viel zu viele und das ist ganz oft dann halt echt so nicht mehr als 50-50 und Gewürfel. aber das kann halt irgendwie schon schnell gehen, also es geht dann halt auch recht ruckartig, sieht man ja auch gerade, irgendwie geht da mal ein paar Punkte runter, hier war jetzt die Eröffnung, hier bei 484 von der 15 Uhr, von der 15 Uhr, von der 9.15 Uhr, drückt dann halt irgendwie erstmal ambitioniert runter und wäre jetzt auch nicht weiter verwundert, wenn er direkt ambitioniert jetzt eben drauf drückt und nach unten dann halt gar nichts mehr kommt. Deswegen schwierig, kann ich immer nur davor warnen. Hatten wir letztens ja auch im Live-Trading, wann war das? Ich glaube am Donnerstag, ich weiß es schon gar nicht mehr, da waren wir im Dow und da hieß es auch, ja geh short, geh short, geh short. In den Kommentaren habe ich gesagt, eh eh, und das kann teuer werden und zum Schluss ist er 200 Punkte nach oben gelaufen und weil das war auch Unterseite irgendwie short, ein bisschen schwierig. Börse Stuttgart, ja genau, Börse Stuttgart, aber da gibt es, also hier für das Sentiment noch mal für den DAX, ja generell ist es natürlich Börse Stuttgart, weil das ist ja die größte Derivate-Börse, die wir in Deutschland haben und also mit dem meisten Umsatz eben Derivaten und die haben halt eben das Euwax-Sentiment. Sentiment, das ist ein Ding von der Börse Stuttgart, wo die halt eben dann auch den DAX abbilden, beziehungsweise die DAX-Derivate zusammenfassen und dort dann halt eben abbilden, wie quasi das Dump Money positioniert ist in Derivaten auf den DAX bezogen. Hat dir mal hier einer gepostet? Wolfgang, hast du den Link? Wenn nicht, gucke ich mal kurz nach und schalte mal kurz das Bild blind und dann stelle ich den Ich schicke den gleich, ich habe den Link. Okay, mich einfach so freundlich uns den zur Verfügung zu stellen. Ich schicke den gleich. Okay. Alright, gut. So, was haben wir noch? Ich kann ja mal irgendwie kurz, also der erste Trade ist ja irgendwie in der ersten Minute gelaufen und hier mit 22 Punkten Impuls nach unten. für die, die vielleicht später dazu geschaltet haben. Hier ist noch der Trade. Ich habe gerade jetzt gesagt, wenn wir hier in die Value Area zurückkommen, also hier über die mittlerweile bei bei 500 liegt, 16.500 und dort hätten wir dann gleich dann auch die Chance dann nochmal rauszulaufen an den Point of Control. Den würde ich vielleicht handeln, also wenn er, wenn ich halt irgendwie sehe, er kommt ins Laufen, dann würde ich das wohl machen. Aber es muss sich schon irgendwie vernünftig darstellen, sodass ich ja halt auch ein gutes Gefühl habe dabei. Jetzt haben wir hier genau das, was ich vorhin meinte. Auf der Unterseite irgendwie so ein kurzer Impuls und dann kann es sein, dass halt eben nichts mehr nach unten kommt, sondern der Markt erstmal nach oben reagiert. Das ist jetzt halt einfach dem Daily geschuldet. Ich finde es trotzdem noch nicht so ganz klar und einladend, mich jetzt hier long da dran zu hängen und er hängt hier einfach jetzt erstmal nur an der Value Area auf der Unterseite. Mehr ist jetzt noch nicht passiert. Da muss er jetzt irgendwie schon halt mit ein bisschen Bums da durchgehen und dann würde ich am liebsten hier auch irgendwo eine dickere Order gerne sehen, die das Ganze dann auch untermauert, sodass man sagen kann, okay, ich hänge mich da jetzt mal mit dran, bevor ich da halt long dabei bin. Weil jetzt nur auf Verdacht hin, auch Vermutungen so ein bisschen schwierig. Da fehlt mir halt irgendwie noch so. Aber man muss ja halt, das ist ja auch das andere. Ich habe ja ganz am Anfang auch schon gesagt, da war es zwar umgekehrt, habe ich gesagt, ja, erst long handeln und dann short. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen übertrieben, ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht zu viel verlangt von dem, was man da halt irgendwie machen kann, weil es halt einfach das so ein bisschen so, ich nach dem Motto, ich nehme alle Richtungen mit, egal ob rauf oder runter, das ist halt auch ein bisschen vermessen. Und die Gefahr haben wir hier natürlich ganz genauso. Ich habe jetzt irgendwie den Runterimpuls mitgehabt, ich muss jetzt nicht unbedingt den Raufimpuls auch noch irgendwie total klasse erwischen und mir da einbilden, dass ich da halt richtig liege, nur weil der erste richtig lag. Ich wäre da halt wirklich eher fast ein Fan davon. Also wenn es sich irgendwie klar darstellt und der halt hier irgendwie in kleinen Schritten, aber vehement ohne Korrektur nach oben drückt, okay, haben wir momentan aber nicht. Und ansonsten wäre ich, glaube ich, eher ein Fan davon zu sagen, na gut, ich gehe nochmal irgendwie auf Anfang zurück, weil da wollte ich ja rauf auf die 600 oder in Richtung 16.600 und ab dort eigentlich shorten. Das heißt, ich würde mir jetzt, glaube ich, lieber gerne angucken, ob der Markt, wenn er versucht, sich da oben rauszudrücken, und dann dort halt dagegen zu halten. Ich glaube, da fühle ich mich irgendwie besser damit. Da habe ich ein besseres Pingerspitzen-Gespür, da glaube ich, dafür. Alright, so, wir machen jetzt mal ganz kurz was anderes. Also ein paar Punkte sind ja im Kasten. Vielleicht ergibt sich gleich nochmal was. Ich würde dann mal kurz die Märkte mal kurz besprechen, dann mal gucken, was wir da heute halt noch, was uns da heute möglicherweise noch erwartet, sowohl im DAO als auch im DAX, aber vielleicht auch im Bitcoin. Nochmal ganz kurz. Und das ist ja in letzter Zeit auch immer wieder ein Thema. Also vielleicht auch Gold. Genau, das haben wir gestern, wurde ja auch nochmal da halt gefragt, was ist eigentlich mit Gold? Und da habe ich gestern auch nochmal ein bisschen was dazu erzählt. Also DAX habe ich ja vorhin hier schon gemacht, um die kurzfristige Betrachtung generell, hier diese Bewegung, mögliche Bewegung in Richtung 16.612. Ab dort dann halt eben dann Gegenwehr nach unten, halte ich immer noch so für recht plausibel, dass das halt in irgendeiner Form kommt. Vorausgesetzt, der DAX schafft es natürlich jetzt, sich hier unten irgendwo abzudrücken. Das ist halt eh klar. Und wenn nicht, dann muss man das Bild halt nochmal neu sortieren. Weil genauso, wenn jetzt halt hier dieses Low verkauft wird, was wir halt hier sehen, bei dem alten ATH, bei der 16.530, wenn das jetzt deutlich verkauft wird, und dann wird natürlich der Markt nachher umgekehrt versuchen, sich dort abzustützen, mal angenommen, also umgekehrt abzudrücken, besser gesagt, von der Decke. Weil also umgekehrt, sollte der Markt jetzt irgendwie halt hier nach unten laufen und dort irgendwie schließen, dann werden wir halt eine Wirkungsumkehr dann halt hier sehen, habe ich jetzt eine Feine gemalt, eine Linie gemalt, da werden wir dort halt eine Wirkungsumkehr sehen, die sich dann halt eben, dann halt zum Beispiel so dann wiederum darstellen können. Das heißt, dann würden wir von dort wieder zurücklaufen und dann halt eben uns dort abstoßen, eben weil das halt das alte Tief ist. Das heißt, momentan finde ich noch so ein bisschen unsortiert, sollte man mal erstmal abwarten, wie der Markt sich da halt einfändelt. Sentiment kommt hier gerade, schreibt der Thorsten, plus 36. Das heißt also, die Bullen, die Käufer versammeln sich hier nochmal. Also wie gesagt, die Privaten, das ist meistens kein Indiz dafür, dass der Markt großartig weit nach oben läuft, vielleicht mal ein paar Punkte, aber dann der Regel halt nicht weit kommt. Was er aber hier macht, das sehe ich halt ohne, dass ich hier drauf gucke, dass er sich in die Value Area nochmal versucht. Da sind wir jetzt und in dieser Bewegung, die ich da gerade gezeichnet habe, also wer mag, darf es natürlich gerne versuchen. Logischste Anlaufstelle wäre ganz klar, halt hier die 545 am Point of Control, knapp über der Eröffnung, sobald halt dieses letzte High bei der 615 halt raus, 515 rausgenommen ist. Also hier 545 könnten halt, könnten, ja, aber ich halte es halt auch für ein bisschen risky, auch mit dem Sentiment in Verbindung mit Plus 36 ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass Long wahnsinnig gut funktioniert. Wäre ich eher vorsichtig. Aber nochmal hier kurz zurück, also sollte der Markt sich hier auf der Unterseite irgendwie etablieren können und dort dann auch die Lows rausnehmen, warum hängt das hier so weit, was ohne Schiff ist so weiter, und dort auch die Lows rausnehmen, also diese sind damit gemeint, dann wird er sich dann versuchen, da unten zu etablieren und dann höchstwahrscheinlich sich hier von unten abstützen, abstoßen, ja. Das heißt, dann müssen wir gar nicht nochmal da rauf, weil dann ist auch diese potenzielle Range, die ich da gestern eingezeichnet habe, wo jetzt zwar erstmal unten reagiert hat, wo ich aber vorhin auch noch gesagt habe, da muss er sich erstmal beweisen oder behaupten, diese Range muss ich behaupten, da muss ich erstmal dahingehend dann zeigen, dass halt eben der Markt sich hier unten drin hält, und dann haben wir halt eben auch die Chance nochmal rauf zu laufen und dann wäre auch das hier nochmal nur eine kurzfristige Gegenbewegung, aber es geht ja auch nicht darum, beim Daytrading irgendwie halt voraus zu orakeln, wie der Tag schließt. Beim Daytrading geht es ja immer nur darum, herauszufinden, wo sind die Punkte, an denen ich mich, wo ich mich dranklemmen kann und dann halt zum Beispiel irgendwie 20, 30, 40 Punkte halt relativ safe rausschneiden kann, ohne großartiges Risiko. Um nichts sonst geht es im Daytrading. Der Rest ist dann halt irgendwie Positionstrading, Swingtrading oder halt noch größer gegriffen dann halt Investment. Ja, das ist ja nicht unser Job hier oder im Speziellen halt nicht mein Job, da halt irgendwie rauszufinden, wo wir dann halt, keine Ahnung, im Juni 2024 stehen, das ist alles nicht meine Aufgabe, sondern nur darum halt zu sehen, okay, das wird man handeln können und da bin ich immer noch der Meinung, dass das hier bei der 600, 612 der Fall ist, dass man das handeln können wird und falls es sich hier unten etabliert, dann wird man eben bei der 530 handeln können. So, das ist immer alles, was ich versuche, halt hier nicht nur in den Live-Tradings, also hier in den Live-Streams oder Webinaren halt zu machen, sondern ja auch generell, was meinen Daytrading-Guide angeht, den ich ja jeden Tag oder beziehungsweise zu jedem Handelstag ja halt auch hier rein stelle oder halt eben auch Live-Mache. Immer nur halt, also einen Handelsansatz zu liefern. Übrigens, wer das nicht kennt, ne, also bei YouTube, gut, da sind jetzt eh gerade die meisten dabei, die werden es natürlich kennen, aber generell, wer nicht, ich mache das halt jeden Tag und versuche halt in den Märkten immer den Zuschauern, also euch an die Hand zu geben, was man halt eben handeln kann und so, dass man halt eben ohne nennenswertes Risiko oder mit überschaubarem, kalkulierbarem Risiko dann aus dem Markt was rausschneiden kann. Das ist immer mein Ansatz, den ich verfolge. So, trotzdem brauche ich immer so die größere Übersicht und dazu gehört eben dann halt auch der Daily und auch schon mal der Weekly und der Daily sieht halt eben gerade so aus und das versteht man das Bild dann eben auch, dass er sich hier jetzt auf den Lows versucht abzustützen und deswegen, wenn die weg sind und der Markt dann da runterkommt und dann ist das nächste Target eigentlich auch noch mal ein Stück weit tiefer zu suchen, das aber eben auch nicht in einem Rutsch, sondern wie ich es gerade gezeigt habe, dann in der Regel dann halt mit einer Wirkungsumkehr, die sich dann auf der Unterseite abstützt und dann hätten wir eben die Chance im H1 dann halt angefangen, zum Beispiel, wenn er das machen sollte, schon der 530, dann halt eben runterzukommen hier im Daily auf, was haben wir da unten, die 302 beziehungsweise hier die grüne Zone, also bis zu 300, das wäre dann halt tatsächlich schon denkbar, dass wir von dort dann halt eben mal 200, 300 Punkte dann eben auch runterfallen. Gut, aber trotzdem kann ich mich hier bei diesem Bild noch nicht festlegen, Tendenz ist schon irgendwie da jetzt im Daily, das ist unübersehbar, also hier hat der Tag angefangen, 100 Punkte höher, die Tageskerze ist aber momentan natürlich auch nicht mehr als ein Platzhalter, also was das halt am Ende für eine Kerze wird, ist, beziehungsweise was für ein Bar wir da am Ende des Tages haben, sehen wir natürlich dann logischerweise erst heute Abend und dann irgendwie nach Kassaschluss oder halt noch später, wenn der Future dicht macht. Sorry, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Und bis dahin ist es halt eben nur ein Platzhalter und alles, was man halt hier dann jetzt irgendwie sagt, auch jetzt erstmal nur, ich will jetzt nicht sagen geraten, aber halt mit Vorsicht zu genießen, so im Dau, also der Dau stößt sich oder versucht sich schon wieder über dem einzigen Level, was ich hier auf der Oberseite habe, abzustützen, nämlich auf der 37.423, was macht eigentlich meine Lupe, ist am Start, ist gut, also hier über der 423, die halt extrem oft gehandelt wurde, wo er sich extrem oft auch abgestützt hat, sieht man auch eben H1, relativ deutlich, am Ende bin ich hier im falschen, so, da sieht man es halt auch recht deutlich, hier unten war halt eben auch ein Gap bei der 423, 37.423 und wie man sieht, immer wieder dahin gelaufen, hochgelaufen, abgestoßen, hier nochmal und nach oben gelaufen, hier nochmal und da versucht er jetzt halt eben zu verkaufen, das Level. Jetzt haben wir gestern ja auch einen Feiertag gehabt im Kassermarkt, im Dau und das heißt dann halt eben aber auch, wenn der Dau jetzt halt irgendwie hier unten irgendwo starten sollte, heute Nachmittag dann als Beispiel unter der 400 oder einfach nur deutlich genug unter der 423 und dann hat der Kassermarkt im Dau wahrscheinlich das gleiche Problem wie der Kassermarkt im DAX, nämlich, dass er halt hier mit einem deftigen Gap dann halt eben auch aufmacht und das könnte wiederum dazu führen, dass wir dann, oder so, ja doch, ist dann ähnlich groß, ich glaube, ich sehe jetzt hier gerade nicht den Kassaschluss vom Freitag, aber halt eben auch ähnlich groß und könnte dann halt eben auch genauso wie der DAX mit der gleichen Eröffnung loslegen, das heißt erstmal einen dicken Impuls nach unten, also hier ist natürlich dann halt ein bisschen augenfälliger, augenscheinlicher, da ist dieses Low natürlich, das heißt also bei der 360 etwa, wenn das dann halt eben auch geknackt sein sollte bis 15.30, dann ist wahrscheinlich halt irgendwie Druck auf der Leitung, sodass der Markt dann halt auch ein gutes Stück weit nach unten irgendwie wegkippen könnte. Aber auch erstmal, ich finde den Markt immer noch long, generell im ganz großen Bild, also Weekly halt zumindest, aber dort hat er auf der anderen Seite auch wiederum Platz, hier muss ich den Weekly auspacken, weil hier sieht man ein bisschen deutlicher, was der DAO bisher vergessen hat, das ist nämlich halt hier dieses ATH, was wir halt hier haben, immer noch, und das ist nicht von oben bestätigt, das heißt, hier sind wir einmal durchgelaufen und in der Regel haben wir halt eine Wirkungsumkehr und die wurde hier bis jetzt halt eben auch ausgelassen, das heißt, das ist aber tendenziell schon eine Long-Geschichte, die aber gerne mal zurücksetzen darf unter die 37.000, einfach mal in Richtung 36.930, 950, das sind von hier kommen jetzt natürlich dann irgendwie 450 Punkte etwa, ist aber im Dauer und Zweifelsfall ja auch kein großes Hexenwerk, das könnte der ruhig mal machen und ab dort dann gerne wieder long und dann kann der Markt sich versuchen dann auch auf der Oberseite zu behaupten, weil für mich ist das Bild hier oben irgendwie nicht fertig, aber offenbar fehlt es da halt an Volumen, der Markt hat halt keine Lust nach oben aufzulösen bisher und aber von daher so eine Bewegung für meine Begriffe, bitte gerne mal her damit, einmal mal hier aufsetzen und dann mal gucken, was passiert, eben bei, was ist das hier, man kann mal reingucken, das ist die 950, also 36.950 dürfte der gerne mal holen, so heißt jetzt aber nicht, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, ja, das macht der heute, so deutlich ist es dann halt ja dann auch nicht, sondern halt, ich sage nur, wenn der halt irgendwie sich hier unten drunter wegdrückt, unter der 37.423, dann wäre das eigentlich eine Geschichte, die er gerne mal halt irgendwie machen darf. Bremsen würde die ganze, also hier oben, also bremsen dann wahrscheinlich auch irgendwie in dem Segment hier irgendwie mal knapp unter die Lows drüber auf das alte ATH drauf, von mir aus auch hier auf meine einzige Diagonale, um dann halt eben von dort wieder nach oben zu reagieren. Aber der Schlusskurs hier unten drunter muss erstmal her und solange der nicht da ist, braucht man da auch nicht weiter irgendwie nach unten zu rechnen. So, das heißt, mehr kann ich dem, dem dauert tatsächlich auch gar nicht da halt irgendwie mit auf den Weg geben. Ich weiß, das wiederholt sich so ein bisschen auch die letzten Tage. Aber der Markt erzählt halt auch jetzt einfach noch nichts Neues. Und damit er das macht, brauchen wir eben den Schlusskurs unter dem Gap, was halt hier eingezeichnet ist, was man im Live-Chart ja auch recht deutlich sieht. Da müssen wir erstmal drunter, was macht denn die FIBO hier, die brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. So, und das hier auch, das war nur ein Beispiel. Da ging es letztens darum, auch im Webinar beziehungsweise Livestream genau, vielleicht gar nicht so unwichtig, wo dann auch jemand meinte, eine von unseren weiblichen Zuschauern, so viel weiß ich noch, aber den Namen weiß ich leider nicht mehr, aber dann auch darauf hingewiesen hat, ist denn der Markt nicht eigentlich noch immer long, solange wir nicht unter diesem Punkt sind? Richtig, ne? Also rein von der Markttechnik her, da hätte ich jetzt natürlich auch mal das Add-on vorbereiten können, das Empty und Live, mit dem man das ja recht gut sieht. Also hier bei dem Level 7, 37.560, das ist natürlich dann halt so der Trigger, um den Markt dann halt eben auch markttechnisch in einen Short-Trend zu verwandeln. Das heißt, hier müssen wir eigentlich erstmal drunter stoßen. Deswegen hier diese Linie, damit man halt versteht, was damit gemeint ist. Also dieses Level gehört erstmal unterboten, dann sind wir halt erst auch mal noch nicht sauber in einem H1, in einem Short-Trend, im H1 drin, aber zumindest haben wir dann eine Tendenz, dass es einer werden könnte, zumindest ist der Long-Trend, dann halt erstmal offiziell kaputt. Und von daher ist das nicht ganz unrelevant, dass wir mal da unten reinlaufen. Überlege ich gerade, ist unrelevant und irrelevant? Gibt es unrelevant überhaupt oder gibt es nur irrelevant? Ist nicht ganz irrelevant. Ich würde schon sagen, unrelevant, oder? Bin mir nicht sicher. Also hier dürfen dann gerne mal irgendwie die Grammatik-Fetischisten sich kurz austoben. Ich bin gerade echt, ja, egal. Ne, egal nicht. Ich will sowas immer wissen. So, ich bin ja halt irgendwie da schon immer sehr sprachinteressiert und mich interessiert da schon immer, ob irgendwie halt oder wo Wortschöpfung und Herkommende Ursprünge liegen und vor allen Dingen natürlich auch, wie man es grammatikalisch richtig macht. Also gibt es unrelevant? Kannst du mal hier rein. Bring mir mal ein bisschen Deutsch bei mir. Bin ja auch ursprünglich gar kein Deutscher. Wissen ja viele gar nicht. Schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. So, okay. Dann haben wir hier noch Gold. Was macht denn Gold? Da habe ich halt gestern gesagt, ja, die Tendenz ist eigentlich schon eher so ein bisschen eher wieder long, weil man da auch wieder drauf hingewiesen hat. Und aber hängt halt eben hier immer noch am Gap. Also das war halt hier auch mein, wo ich auch gestern noch mal gesagt habe, ja, so, wenn das Gap irgendwie gekauft wird, da oben über der 2060, dann wäre ich da schon noch mal einen Freund davon dann noch mal long aufzumachen und dann halt eben hier in Richtung ATA zu handeln. Moment, ich glaube irrelevant. Ist aber auch unrelevant, ob es irrelevant oder unrelevant heißt. Im Duden irrelevant. Ja, irrelevant, ich meine, dass irrelevant richtig ist, das ist schon klar. Ich frage mich nur, ob das nicht ein Unterschied ist. Unrelevant und irrelevant. Ich meine, klar, von der Präposition her kommend, ne, ist natürlich irrelevant, nur richtig. Okay. Welcher Nation entspannst du? Entspannst du? Entstammst du? Mit wem haben wir es jetzt zu tun? Ich bin, muss ich gerade überlegen, wie man das richtig ausdrücken würde. Also ich komme auf jeden Fall aus dem Teil aus Deutschland, der nicht immer Deutschland gewesen ist, der auch schon öfters mal Frankreich war und da hat man so seine Probleme mit der deutschen Sprache. Das ist wirklich so. Da gibt es zum Beispiel kein Präteritum in diesem Bundesland. meist bestimmt der ein oder andere. Aber klar, ich bin natürlich dann halt so gesehen, klar, Deutscher, aber halt, ne, mit irgendwie auch so ein bisschen anderen Einflüssen, die sich auch kulinarisch auswirken. Aber gut, lasst du das jetzt mal erstmal kurz, aber auch vielleicht ja auch ganz, ganz witzig. Also der Elsass, ja, das ist schon gar nicht so falsch. Also Gold, solange wir hier eben nicht über das Gap raus sind, immer noch Finger weg. Aber sobald das halt eben aber auch gekauft ist, dann halt hier, da wäre ich halt nochmal ein Freund, dann irgendwie long einzusteigen. Das wäre halt die 2060 etwa. Also eben ab diesem Bereich, da wäre ich nochmal halt irgendwie gerne dann auch long mit dabei. Hier wird geraten, aus Träse, nein. Was? Hat man das Weilerkopf? Was ist das denn? Habe ich da irgendwie eine Bildungslücke, eine Geschichte? Nein, ich löse es auf. Ich komme ursprünglich aus dem Saarland. Und das war halt auch ganz oft Deutschland. Und ich sage mal, bei meiner Mutter ist es als Beispiel so, ist nie umgezogen. Trotzdem hat sie in zwei verschiedene Länder geboren. Und das ist natürlich eigentlich auch ganz spannend. Und weil das Saarland war ja öfters mal französisch, aber ist tatsächlich so. Von der Sprache her, man spricht dort kein, also Hochdeutsch sowieso nicht. Und mittlerweile, ja klar, ist halt alles so ein bisschen anders. Aber das ist halt wirklich, das ist auch jetzt nicht einfach nur so ein einfacher Dialekt, sondern es ist wirklich so krass, dass man halt wirklich kein Deutsch kann. Das kann man anders nicht sagen. Also wenn man dort irgendwie, vor allen Dingen in einer ländlichen Gegend aufgewachsen ist, kann man kein Deutsch. Man kennt das irgendwie zwar aus den Büchern, aus der Grundschule, aber halt weder, also die Aussprache ist das eine Thema, aber tatsächlich wirklich Grammatik. Das ist halt, das ist kein Deutsch. Und von daher gar nicht so einfach. Also ich musste dann irgendwie auch mir irgendwann Deutsch aneignen, nachdem ich irgendwie halt einen Einlauf kassiert habe von meinem damaligen Chef. Da war ich irgendwie so um die 20. War tatsächlich, war damals auch in, es war ein Finanzmakler. Und da musste ich einen Vortrag halten, irgendwie über zwei Stunden. Das werde ich nie vergessen. Aber das ist wirklich nur so eine kleine Anekdote. Da komme ich gleich nochmal zum Markt zurück. Aber die muss ich jetzt mal kurz erzählen. Das war wirklich, ich habe zwei Stunden einen Vortrag gehalten und war total stolz. Ja, bin ja nachher zu meinem Chef dahin und habe gesagt so, ja und wie fandst du es? Und da meint er so, entweder schwätsch, wie der der Schnabel gewahrs ist oder lernst Deutsch. Also übersetzt, entweder du redest so, wie dir der Schnabel gewachsen ist oder du lernst richtiges Deutsch. Und ich war völlig entsetzt. Dann dachte ich so, hä, ich habe doch Hochdeutsch geredet die ganze Zeit. Dachte ich dann auch tatsächlich und habe mich dann halt wirklich mega, der war wirklich mega sauer. Das klang zwar lustig, aber der war einfach nur stinkt sauer. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe mich damals auf Kassette aufgenommen und habe mir das angehört und war völlig entsetzt darüber, wie mein Deutsch klingt im Vergleich zu irgendwelchen Moderatoren halt im Radio oder keine Ahnung. Das ist halt irgendwie, das war schon ein bisschen arg. Aber das, und da musste ich erst mal feststellen, ich habe wirklich auch in der Schule immer gedacht, Präteritum, also ich saß, ging und so weiter und so fort, gibt es nur in Büchern. Habe ich wirklich gedacht und war dafür völlig überzeugt und musste dann irgendwie später lernen, das ist ja gar nicht so. Das ist ja, es gibt wirklich Menschen, die sprechen das. Und auch sonst ganz, ganz viele grammatikalische Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn ergibt, wenn man sie zum Beispiel jetzt irgendwie auf saarländisch halt den Satzbau nimmt und dann halt irgendwie auf Hochdeutsch nochmal zusammensetzt. Da kommen Sätze bei raus, das ist unglaublich. Das ist auch die Versächtlichung der Frau. Es gibt keine weibliche Form in der Grammatik, in der Art, wie wir sie halt im normalen Deutschen halt können. Das ist halt zum Beispiel dem Heike sein Handtasch. Das ist kein Witz. Ja. Und das muss man erstmal, ich muss mal erstmal drauf klarkommen und daraus dann halt auch wieder ein richtiges Deutsch machen. Okay. Gut, lassen wir das. Wir gehen nochmal zurück auf die Märkte, aber ich wollte es nur mal irgendwie kurz einräumen, weil wir das hier kurz so ein bisschen verzettelt haben. Alright. Also Bitcoin. Da stehen wir über der 50% Korrektur vom Gesamtbild. Da habe ich auch mal irgendwann die Fibus eingezeichnet. und aber nicht nur um die Fibus einzuzeichnen, sondern um das ganze Ding halt dann eben auch mal zu erkennen, weil generell war ja die Zinszone unverändert, die 48.000. Und von dort haben wir jetzt halt die mögliche Korrektur. Jetzt ohne mich hier wieder komplett irgendwie über alles auszulassen, was den Bitcoin angeht und was die Logik mit dem ETF angeht, die einfach keine sein sollte und wo die Historie auch was ganz anderes sagt als Long. Sobald Big Money dazu kommt, war es in der Vergangenheit immer so, dass der Bitcoin extrem abgekackt ist. Und von daher sollte man sich jetzt auch nicht von dem Hype verleiten lassen. Das ist aber nur ein ganz kurz, der gerade wieder überall hier irgendwie aufpoppt nach dem Motto, ja BlackRock schiebt jetzt 2 Milliarden in Bitcoin, also laufen wir jetzt irgendwie auf 100.000. Das ist alles kompletter Blödsinn. Und das mögen manche so denken, dass es so ist. Ich sage ja auch nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, dass es so ist. Ich sage aber halt nur mehr als 50-50. Wenn überhaupt, ist die Chance nicht, sondern die Chance ist eigentlich eher genau auf der anderen Seite, dass wir erstmal runterlaufen. Dafür gibt es schon recht viele Gründe. Erstens die Historie, zweitens halt auch die Logik, die tatsächlich dahinter steckt. Und die ist nicht so einfach, dass da jetzt irgendwie 2 Milliarden in den Markt kommen auf den ersten Schuss und die dann halt eben gedreht werden und dann der Coin nach oben läuft. Nee, die Logik ist nämlich auch die, dass vielleicht aber auch Bitcoin im Wert von 3 Milliarden auf der anderen Seite längst bereit liegen und die da halt los, die halt weg wollen, die verkauft werden wollen. Und das ist nämlich die andere Logik von der Sache. Dazu muss man aber wissen, wie halt so ein Launch und so weiter überhaupt funktioniert. Und man kann nicht einfach irgendwie tatsächlich ernsthaft glauben, dass halt jetzt, wo der Bitcoin dann released ist, dass dann jetzt BlackRock hingeht und sagt, na gut, dann drücken wir heute mal auf den Knopf, wo die Grüne 2 mit den, wie viele Nullen hat das Ding? 12 Nullen, Quatsch. Ne, 9 Nullen halt hat. Da halt irgendwie draufsteht und wir drücken dann drauf und ballern den Markt nach oben, weil wir es nicht besser können. Und na gut, dass alle anderen reich werden und wir nicht. Nehmen wir da mal so hin. Das ist ein Gedanke, der mir überhaupt nicht in den Kopf will, wie überhaupt auf sowas kommen kann. Der halt total absurd ist. Und also so einfach läuft es nicht, um das irgendwie kurz zu machen. Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht so, nicht nochmal komplett im Einzelnen drauf ein. Das habe ich schon oft genug gemacht. Das heißt also, im Bitcoin, ich bin ja auch immer noch ein Loggen drin, will aber versuchen, hier irgendwo rauszukommen. Ich habe ein bisschen spät reagiert. Für mich ist da entscheidend unverändert die 43.483. Also ich bin long seit 28.000. Also ich liege ganz gut vorne. Aber halt, wie gesagt, ich hätte hier eigentlich auflösen müssen erstmal und habe da die ganze Zeit gedacht, na ja gut, der könnte schon noch in Richtung 52.000 laufen. Habe da ein bisschen zu lange gewartet. Aber so what? Perfekt kommt man ja eh meistens nicht aus dem Markt raus. Das ist aber für mich auch eine Swing-Position, kein Daytrading. Das heißt, ich warte hier, ob wir die 43.483 da halt nochmal gekauft kriegen und ob wir es von dort dann auch nochmal schaffen, nochmal da rauf zu laufen, wie dieser Pfeil halt schon zeigt oder eben nicht. Das heißt, wenn wir uns hier irgendwo einkommen, nicht weiter, würde ich das Ding auflösen und dann mal gucken, wie weit wir dann halt korrigieren. Weil auch wenn wir jetzt hier erstmal eins auf den Deckel gekriegt haben, der könnte sich trotzdem halt nochmal versuchen, immer noch versuchen, da oben ein Stück weiter zu laufen, ohne, dass jetzt da irgendwie halt nennenswert neue Hochs kommen, sondern sich dann halt hier irgendwie ein bisschen höher in der Range einpennen und dann dort reagieren. Also in diesem Bereich, das wäre so mein Wunsch-Szenario, aber mehr jetzt erstmal auch nicht. Ich bin aber auch durchaus gewillt zu sagen, ja gut, ich löse die Kiste erstmal auf, nehme mit, was ich da mitnehmen kann und versuche dann auf der anderen Seite wieder reinzukommen. Gut, okay. Also das waren die Märkte samt Ausflug ins Saarland und deutsche Grammatik mit einem kleinen Exkurs, wie Deutsch nicht funktioniert. Und damit komme ich nochmal hier dann auch zurück auf den DAX. Gucken wir uns dem mal an, was der zwischenzeitlich getrieben hat. Nicht viel. Also, wie man sieht, ist vielleicht auch dem Sentiment geschuldet. Wo stehen wir da mittlerweile? Kann ja vielleicht nochmal einer irgendwie kurz nachschauen. Da war ja irgendwie die letzte Versuch gerade Bounce und Trend zu starten. Ja, versuchts. Sentiment Long. Ist das Sentiment Long oder willst du Long? Ich bin da noch nicht Long. Weiß ich nicht. 33,5. Okay. Ich sag mal, das ist wahrscheinlich tatsächlich dann auch schon dem Sentiment geschuldet, dass es hier nicht vorwärts geht. Weil wo wäre jetzt das Problem gewesen, hier mal irgendwie 40 Punkte wieder rauf zu laufen. Aber da kommt halt irgendwie gerade zu wenig. Guckt man sich jetzt auch mal die Stunde an. Die kann zwar immer noch hier auf Null schließen. Also über der Eröffnung kann die immer noch machen. Dann wäre halt diese Range erstmal dann auch etabliert. Die fände ich ja gut. Dann würde ich auch meinen Short da oben finden. Habe ich auch gar nichts dagegen. Aber es ist halt schon relativ zäh. Also wenn man sich jetzt mal einfach von der Steilheit anguckt. Wir kommen da halt irgendwie runtergekommen. Geknattert irgendwie in zwei Minuten. Wo dann halt irgendwie kein Problem, 60 Punkte zu fallen. Aber wenn es hier mal darum geht, 30 Punkte zu steigen, braucht er dann halt irgendwie eine Dreiviertelstunde. Das ist schon ziemlich schlapp. Mittlerweile steht auch der Point of Control hier unten. Haben wir gerade gesehen, ist gewandert. Also da war wo vorher das Valley Area Lover ist jetzt der Point of Control. Klar, das Volumen drückt sich und schiebt sich jetzt nach unten. Das heißt aber dann eben auch, dass es jetzt nach oben möglicherweise nicht mehr so einfach ist und dann halt hier eigentlich direkt auch schon über der Kassaeröffnung könnte es direkt halt schon schwierig werden, weil wir dort aus dem Value Area High direkt rauslaufen müssen. Klar kann er es jetzt gleich mal versuchen, aber es ist mir jetzt nicht wert, hier in diesem Webinar noch einen Long irgendwie aufzumachen. Weil ich glaube, zum DAX ist auch alles beschrieben, so wie ich das gerne sehen würde und auch handeln möchte. Und dann sind es halt jetzt eben nur die 22 Punkten von der ersten Minute, die halt hier drin sind. Aber ist ja auch okay. Wir müssen uns auch nicht unnötig in die Länge ziehen, glaube ich. Insgesamt war das für meine Begriffe alles in einem Grund. Brauchbar? Oder wie seht ihr das? Ich würde gerne irgendein Feedback da lassen, aber generell, wenn euch das gefällt und dann dürft ihr natürlich auch das Video liken. So, jetzt sehe ich hier auch mal kurz die Kommentare. Timo meint, du bist doch ein Aussie, oder? Ne, das warst du Timo, glaube ich, oder? Du? Auch wenn du mal was anderes behauptest, ja, hier bei GoToWebinar, da sehe ich gerade, da kam ein paar richtige rein und bei YouTube nicht außer Heinz Becker, ja, genau. Aber das Lustige ist, Heinz Becker findet man als Arleiter ja gar nicht lustig. Das ist ja eher so, da denkt man, ja, man ist zu Hause und da ist ja keiner nennenswert lustig, sagen wir es mal so. Und dann, das klingt dann halt, also wenn ich Heinz Becker gucke, denke ich so, ganz normal. Wo ist denn jetzt der Witz? All right, Leute, so, also, ah, geh fort, ja, ne? Also, ich glaube, das war es dann, 22 Points und der Markt steht so ein bisschen still, glücklicherweise die erste Bewegung erwischt, die dann auch relativ ratzfatz ja dann auch aufging oder was heißt relativ sehr ratzfatz sich da halt aufgelöst hat oder auflösen ließ, ist dann halt eben so, ne? Alles in einem ja ganz passend, hier, wie gesagt, nochmal kleiner Ausflug und vielleicht war es ja auch recht kurzweilig für den einen oder anderen und ich hoffe, vor allen Dingen, man konnte was damit anfangen, ne? Darum geht es ja halt immer und auch jetzt für den weiteren Tagesverlauf. So, jetzt ist mir langweilig, ne? Was heißt langweilig? So, ich könnte jetzt irgendwie noch eine Stunde quatschen und das ist immer so. Erstmal sitze ich da, bin todmüde, weiß ich nicht, wie ich das Webinar beziehungsweise Livestream überstehen soll, überleben soll und dann nachher finde ich kein Ende mehr, aber nochmal, ziehen Sie sich hier nicht in die Länge, ich werde ja wahrscheinlich sowieso heute Nacht wieder live gehen oder morgen früh irgendwie zu einer anderen Tageszeit, ich muss mal gucken, dann sehen wir uns wieder, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid, mir Gesellschaft leistet, bei meinem nächsten Daytrading Guide, der wahrscheinlich dann schon eher heute Nacht halt kommen wird, jetzt geht der DAX hier ein bisschen ab, das ist doch schön und ansonsten sage ich, ich freue mich aufs nächste Mal, also liked das Video, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt, holt euch den Stereo Trader bei FX Flat mit einem vernünftigen Konto, das auch hier unten in den Kommentaren verlinkt ist, wie man da drankommt mit einem hervorragenden Support, wow, jetzt haue ich halt, hier war auch mal die Werbung raus, aber ich glaube, es ist auch ganz legitim und gerechtfertigt und dann hat der Wolfgang auch was zu tun, wenn ihr dort ein Konto aufmacht, euch den Stereo Trader holt, weil dann wird dem auch nicht langweilig, weil der Wolfgang hat nämlich ganz oft das Problem, dass der da halt sitzt und denkt so, boah, wann ist der Tag vorbei, kann nicht mal einer anrufen, oder Wolfgang? Und der Tag fing gut an, du hast mich ja gut gelobt und danke dafür, aber der letzte Satz, ich langweile mich, du bist mal eine einzige Aufgabe bei FX Flat, das ist richtig. Ach echt? Ja. Das werde ich so gleich mal in irgendeinem Home-Ausschlachten und ausnutzen. Ja. Ganz kurz noch, hier fragt noch einer, wann nachts, also meistens so um 23 Uhr, wenn ich es abends mache, mache ich es meistens zwischen 23 und 0 Uhr und aber auch schon mal halt irgendwie zum nächsten Tag, wenn es irgendwie mehr Sinn macht, das am nächsten Tag zu machen, entweder weil der Markt irgendwie nichts sagt, oder ich zu müde bin, das kann natürlich auch was sein. Nein, aber es ist schon jeden Tag was da, aber meistens, meist tatsächlich dann irgendwie abends. So, aber Wolfgang, wir machen hier einen Deckel drauf, würde ich sagen, ne? Ja, machen wir. Also vielleicht mal zum Support noch zu sagen, das ist natürlich eine Teamleistung und nicht nur meine eigene. Das mal ganz klar gesagt. Aber das habe ich ja vorhin am Anfang auch schon gesagt. Nein, 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 nein. Ich wollte das nur noch mal klarstellen, dass die Kollegen genauso gut Bescheid wissen, wie ich auch. Genau. Ja, vielen Dank, Dirk, kann ich nur sagen. Wenn wir das nächste Webinar zusammen haben, weiß ich nicht. Wirst du wahrscheinlich wieder mit dem Nelson machen, denke ich. Ansonsten an alle Teilnehmer, vielen Dank fürs Zuhören und viele erfolgreiche Trades wünsche ich und verabschiede mich mit diesen Worten. Ja, dem schließe ich mich an und sage auch, ciao, freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.